Was geht ab Leute Zane ist wieder da, heute mit einer wahnsinnigen Theorie und zwar bin ich mir ziemlich sicher ich weiß wo sich God Valley befand. Und jeder einzelne von euch kennt diesen Platz nämlich, denn dort wurde schon ein ganzer arg bestritten. Welcher Ort das ist erfahrt ihr wie immer nach einem kurzen Intro, Intro ab. God Valley war ein Ort irgendwo auf der Welt. Bekannt wurde dieser Ort durch den so genannten God Valley Vorfall. Dieser Vorfall ereignete sich vor 38 Jahren. Dort kämpften Garb und Roger gegen die Rocks Piraten welche sie am Ende besiegten. Aus noch unbekannten Gründen befanden sich auf dieser Insel die Weltaristokraten zusammen mit ihren Sklaven. Dies ist auch der Grund weshalb Garb überhaupt gegen die Rocks kämpfte. Nach dem Sieg gegen die Rocks Piratenbande, verschwand die Insel auf unerklärliche Weise. Viele sind der Meinung aufgrund eines Buster Calls, aber dies denke ich nicht. Die Insel scheint ja irgendeine Bedeutung für die Obrigkeit gehabt zu haben, deshalb denke ich nicht, dass sie die Insel dem Erdboden gleich gemacht haben, nur weil dort ein Pirat besiegt wurde. Auch denke ich nicht, dass der Buster Call wie auf Enis Lobby so ein riesiges Loch kreieren kann. Aber wenn wir gerade von Enis Lobby und das riesige Loch welches sich darunter befindet sprechen. Woher kommt denn dieses Loch? Hierbei habe ich mir etwas überlegt. Im Moment gibt es ja die Theorie, dass Rocks D. Sebek die Dunkelheilsfrucht vom Blackbeard hatte. Wie wir wissen ist die gravitalische Kraft dieser Frucht immens. Sie kann alles einsaugen und auch spucken nach Willen. Was, wenn nach diesem Kampf durch die Dunkelheilsfrucht dieses Loch entstanden ist. Was, wenn Rocks eine letzte alles zerstörende Fähigkeit eingesetzt hat, die dieses Loch hinterließ. Vielleicht ist er dabei sogar selbst gestorben. Um das ganze zu vertuschen, bauten sie ein Regierungsgebäude mit Enis Lobby über dieses riesige Loch. Deshalb behaupte ich, dort wo jetzt Enis Lobby ist, war früher die Insel God Valley, welche mittlerweile in diesem riesigen Loch verschwunden ist. Was haltet ihr von dieser kleinen Theorie? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst wie immer nicht zu liken und ein Abo dazulassen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spass und haut rein Ciao!